Wir sprechen den 23. August und die Proxmox Server Solutions GmbH hat uns beglückt mit einer neuen Version und zwar mit der Version Proxmox Virtual Environment 7.4. Ihr seht schon, es sind viele, viele Informationen und wenn ich mal in die Roadmap bzw. in die Release Notes reingehe, leck mich am Arsch. Was da alles gekommen ist, ich musste mich da jetzt erstmal nach und nach durchkämpfen. Ich habe aber, schaut mal hier für euch, fein säuberlich, zumindest meine Highlights, wo ich denke, die sind für mich und vielleicht auch für euch. Ja, die wichtigsten Points habe ich alle rausgesucht, aber erstmal das aller, allerwichtigste. Ich kann euch sagen, dieses Update hier, was wir hier haben, das steht wirklich so ein bisschen unter dem freien Motto User Experience. Diese ganze GUI hat sich extrem viel getan, auch wenn es jetzt optisch nicht so viel ist. Aber ihr wisst doch, in den letzten zwei, drei Versionen kam das auch mit den Labels raus. Also ich glaube, die hören mittlerweile ziemlich, ziemlich stark auf ihre User im Forum oder deren Benutzer allgemein. Man sieht es auch relativ häufig in den Release Notes, dass halt eben über Probleme Sachen gelöst sind. Werden wir auch gleich sehen, also sogenannte Issues und halt eben wirklich die Usability ist wirklich gesteigert worden. Und da gehen wir jetzt rein und damit fangen wir an. Ich schalte für euch um, wie immer. Dann gehen wir mal bei mir hier auf die erste Page und das ist wirklich das. Ich habe es nur aufs Deutsche, ins Deutsche übersetzt, damit ihr halt eben besser mitlesen könnt. Dann ist es einfach einfacher, wenn wir auf deutscher Kanal, englische Seite und so weiter. Ach, ihr kennt das schon. Also als aller, allererstes hier die oben Version brauche ich, glaube ich, gar nicht ansprechen. Die überspringen wir mal, die kommen nämlich aber dann. Aber wir fangen ganz oben an. Proxmox bietet jetzt ein dunkles Design der Web-Oberfläche. Viele, viele Leute haben drauf gewartet. Mein Browser kann so oder so automatisch. Aber ich zeige es euch natürlich, es ist jetzt ganz normal dunkel, wenn ihr das möchtet. Und es ist natürlich auch entweder davon abhängig, wie ihr euer Betriebssystem eingestellt habt. Oder ihr könnt ganz normal sagen, hier oben rechts bei eurem Benutzer-Account Color Theme. Und da kann man jetzt sagen Proxmox Dark, Light Theme oder halt eben Default Auto. Light Theme kommt euch alle noch irgendwie bekannt vor. Oder man sagt halt eben ganz normal Color Theme Standard. Da müsste jetzt hell bleiben bei mir, weil bei mir ist alles eigentlich immer als hell eingestellt. Und deswegen bleibt es halt eben hell. Ich weiß gar nicht, ob man beim Windows sagen kann, macht das anhand von der Uhrzeit. Wenn irgendwie Sonnenuntergang war, macht das irgendwie dunkel. Ich glaube, das kann man auch einstellen. Aber hier, endlich ist er da. Ich springe direkt mal zu einer Funktion, da müssen wir das gleich nicht machen. Ich habe ja hier ein paar verschiedene virtuelle Maschinen von verschiedenen Typen und auch Namen und mit VM-IDs. Ihr kennt es. Und das hat sich hier oben in der Sortierreihenfolge, ich will nicht sagen, unbedingt was geändert. Sondern hier oben gibt es jetzt ein kleines Zahnrad-Symbol. Und wenn man da jetzt draufklickt, kann man die Maschinen nun endlich mal per Namen sortieren. Das heißt, ihr könnt eure eigene Namensgebung wieder. Viele haben das ja nach Standort, irgendeine Anzahl oder irgendeine Ziffer, dann nach Raum, dann nach Reihe im RZ oder keine Ahnung was. Und dann irgendwie nach Maschinentyp und dann durchnummeriert. Viele hätten ganz gerne immer diese Sortierung gehabt. Da ist sie jetzt. Wir können jetzt ganz einfach Sortkey sagen, Name. Und natürlich auch jetzt über Gruppierungen und halt eben die Gästtypen können wir auch noch hinterlegen. Und dann können wir sagen, alles klar, go for it. Und schon haben wir jetzt halt eben wirklich die VM-IDs hinten angestellt. Und wir haben jetzt unsere eigene Sortierung mit unseren eigenen Namen. Ich muss sagen, ist auch halt eben ein gutes, gutes Feature. Viele haben wirklich eine gute Namensgebung im Unternehmen. Und dann funktioniert das Ganze jetzt hier auch sehr, sehr gut. Gehen wir weiter wieder zurück in unsere Liste. Und da haben wir jetzt das Erledigt hier oben. Gäste im Ressourcenbaum haben wir auch erledigt. Und jetzt kommt ein schöner, schöner Point, der wirklich einer der Höhepunkte ist und den ich immer gerade und lange Zeit in diesem ganzen Cluster-Verbund immer wieder vermisst habe im Endeffekt. Und das ist hier wirklich der Point, Wartungsmodus einzuschalten. Das heißt, wenn ihr jetzt im Cluster-Modus seid, könnt ihr, oder auch mit dem neuen CRM, heißt das CRM, CRS, Cluster Resource Scheduler, könnt ihr jetzt explizit hingehen und könnt einzelne Maschinen in den Maintenance Mode setzen. Genauso wie, dass ihr jetzt hier unter dem Data Center Options die Cluster Resource Scheduling jetzt hier hingehen könnt und sagt Static Load. Gut, ich glaube ganz ehrlich, ich glaube, ich muss mich mit dem Thema CRS einfach mal ein bisschen annehmen und euch einfach mal ein Testcluster aufbauen, damit wir da mal ein bisschen rumspielen. Cool ist natürlich auch die Option, use CRS to select the least, the least wenig, die wenigste ausgelastete Node, when restarting in der HA-Service. Ich glaube, das ist ein Thema, das müssen wir uns hier unbedingt mal gemeinsam einfach mal anschauen. Gehen wir zurück in die Release Nodes, die ich für euch rausgesucht habe. Haben wir erledigt. Colors haben wir auch erledigt. Lokale Speichertypen, die sich auf anderen Clusterknoten befinden, dass ihr jetzt hier Speichertypen ZFS und LVM und LVM SIN hinzufügen könnt. Ja, ist eine gute Option. Ich habe nämlich eben auch da mal reingeschaut. Zeige ich euch unter Storage. Haben wir jetzt zum Beispiel hier die Option, ich glaube ZFS gab es schon immer. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es hier wirklich die Option gab, dass wir hier wirklich alle ZFS Pools auswählen konnten. Bin ich mir jetzt unsicher. Ich dachte nämlich eigentlich nicht, dass wir das wirklich nur über die Storage-Übersicht machen können auf dem Knoten. Jetzt können wir es halt eben hier auch global machen. Ganz nette Funktion. Es kann sein, dass die das damit meinen. Ich denke aber mal ja. Und wieder zurück in meine schöne Liste. Und da gehen wir jetzt weiter, dass wir hier sehen, leiten sie HTTP-Anforderungen der Einfachhalter auf HTTPS um. Das heißt, dass es jetzt auch automatisch aktiv greift ihr, ihr habt zum Beispiel auch lokal häufig gehabt, greift ihr auf die HTTP-Stelle zu. Also nicht Port 80, das wird nicht funktionieren. Aber greift ihr auf den Port 8006 einfach zu, ohne die HTTPS-Endung, würde ich schon sagen, Anfang da vorne, leitet er halt eben einen direkt um auf HTTPS und bleibt halt eben nicht immer da irgendwie hängen oder lädt sich halt eben den Toten. Das ist so ein bisschen, ich nenne es ja immer so ganz gerne so ein kleiner Layer-8-Schutz. Nächster Point, der hier steht, Aufgabenprotokolle können jetzt als Textdateien heruntergeladen werden. Da fehlt mir eine Sache allerdings, weil ich gesehen habe. Eine Sache fehlt mir da ganz klar. Also man kann jetzt wirklich hier auf dem Knoten in der Task-History, kann man jetzt einen Task aufmachen und mit dem Task hier halt eben rechts einfach mal downloaden. Und dann kann man wirklich den Task in einer ganz normalen Log-Datei sehen, was ist da passiert. Das ist ja echt gut, keine Frage. Aber das Einzige, was mir wirklich so ein bisschen fehlt ist oder wäre einfach, das ist ja so ein bisschen zur Nachvollziehbarkeit. Was passiert? Und wann will ich sowas haben? Ich will sowas haben. Einmal in der Nacht, aber bitte von allem. Das heißt, es wäre irgendwie ganz cool, wenn das natürlich auch über die API möglich ist, zumindest zu sagen, alles klar, mach das doch bitte einmal, aber dann für alles. Was ist der Tag über passiert? Was haben meine vielen Administratoren halt eben gemacht? Und dann könnte ich das alles so wirklich komplett nachvollziehen. Na klar, ich kann das jetzt auch Hintergrund irgendwie aus den Task-Gründen ja alles einzeln kopieren über die API. Aber es wäre vielleicht ganz nett, wenn wir wirklich eine Option haben, einen Button haben von wegen Download All. Dann habe ich halt einfach sofort alle Informationen da. Auch da wieder zur Nachvollziehbarkeit, was es halt eben alles passiert. Der Button fehlt. Lieber Proxmox, nacharbeiten. Dankeschön. Ihr merkt, wir sind immer noch in der Visibilität der GUI drin. Auch da gehen wir jetzt wieder zurück. Nächster Point, den ich mir zumindest rausgesucht habe, ist hier, verbessern Sie die Zugänglichkeit für Bildschirme und bla 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 bla. Wenn man halt eben kleine, ja, Bildschirme hat. Ey, ganz ehrlich, lasst uns das einfach mal probieren. Ich drücke hier einfach mal F12, mache den Entwicklermode an. Und jetzt kann ich hier einfach mal so ein bisschen zusammenschrinken von der Größe her. Und wir gucken mal, was er daraus macht. Also, das ist jetzt hier nicht unbedingt besser geworden. Naja, ob das hier besser geworden ist, was steht denn da ganz genau? Gucken wir noch mal rein. Scrolling Overflow, Hellerfosse, Symbolleiste der Backup-Job-Ansicht. Naja, überarbeiten Sie das Layout des Backup-Job-Info-Fensters für eine bessere Platzierung. Also ganz ehrlich, generell, wenn ich mir das jetzt mal anschaue und das einfach mal ein bisschen kleiner mache, das ist ja fast schon Handy-Ansicht. Denke ich mir mal oder sollte ich mir eigentlich vorstellen, dass da auch Proxmox mal was machen kann, um halt eben das Ganze so ein bisschen mobiler zu machen. Denn ich kann das jetzt mal noch kleiner machen. Da seht ihr schon. Also richtig optimiert für mobil ist es in dem Falle jetzt hier nicht. Ihr seht schon alles andere fällt halt eben irgendwie hinten raus. Keine Ahnung, was sie da wirklich verbessern wollten. Aber naja, eine mobile Ansicht gibt es jetzt in dem Falle halt eben noch nicht so wirklich. Aber dafür gibt es ja glaube ich die App, aber selbst die auch. Ich nutze die einfach nicht. Machen wir diese komische Entwicklermode-Ansicht wieder aus und gehen wir zurück zu unserer Ansicht. Und da haben wir noch einen Point jetzt hier, den ich richtig, richtig gut fand. Denn man benutzt das da doch irgendwie häufiger mal zur Visibilität mit den Augen. Und da steht jetzt, man kann jetzt einen Strich, also einen Dash sozusagen, bei den Snapshot-Namen benutzen. Das lag allerdings nicht an Proxmox, sondern sie schreiben sich hier explizit, da das Backend dies seit einiger Zeit unterstützt. Gehen wir auf die nächste Seite. Auch die habe ich schon vorbereitet. Ihr seht, ich muss einiges auslassen, weil es ist super, super viel. Deswegen hier nur die Highlights. Ganz wichtiger Point da oben. Scheinbar ist mit der Version 7.2 von Cuemo dieses Problem behoben worden. Deutsche ISO mit Windows, tralala, dass dieser Wirt-AO-Treiber nicht funktioniert, mit, ja, behoben worden. Was, glaube ich, mit einer der ganz, ganz großen Themen bei mir auf dem Discord-Server, kann ich euch außerdem nur empfehlen, kommt mal auf dem Discord-Server. Da sind tausende von Leuten mittlerweile mit einem super Support. Wirklich klasse, kommt einfach vorbei. Und mit dem Thema Absturz von VMs mit Eis-Gasi-Festplatten auf einem ausgelasteten Zielberuhm. Hatte ich auch schon mal gehabt, konnte ich aber gar nicht richtig zuordnen, dass das dieses Problemchen war. Aber, ja, kam halt eben wirklich scheinbar von der Cuemo-Version 7.2. Und jetzt eben schon so leicht angekündigt, dass sich dann doch wirklich angenommen haben, was die Leute so, ja, reported haben, beziehungsweise auch gefunden haben. Hier zum Beispiel zwei Probleme. Jetzt da hinten steht auch Issue Number 4476 und 4249. Also, die nehmen sich wirklich auch dem an, was die User oder wie auch immer, wer auch immer, reportet. Und, ja, landet halt eben mit in den Updates drin. Und, na klar, auch da habe ich mich lange gefragt, mein Gott, warum geht das nicht? Erlauben Sie Benutzern eine VM zu zerstören, selbst wenn sie angehalten ist. Brauchen wir uns jetzt, glaube ich, nicht angucken. Und hier unten geht es weiter mit den Containern. Hinzufügen die Option von Trennen von Netzwerkschnittstellen. Das habe ich auch schon mal gesucht gehabt. Also, wir können jetzt wirklich hingehen, ist zwar ein bisschen versteckt, aber muss man halt eben anklicken unter Netzwerk, im Netzwerkinterface, im Advanced Mode, sonst sieht man es halt eben nicht, gibt es jetzt einfach auch da den Button endlich von wegen Disconnect, dass ich halt eben, wenn ich sagen kann, okay, ich habe zwar ein Netzwerkinterface, aber das, ja, physikalisch logische Kabel steckt halt eben nicht, ist dann doch bei manchen Konfigurationssachen sehr, sehr gut, dass man das nur aktivieren kann. Ja, wenn halt eben ich das will und nicht, wenn die Maschine erst dieses Netzwerkinterface bekommt. Und wieder zurück zur zweiten Sicht, da haben wir Vorlagen, Bullseye wurde aktualisiert, auch diese Version jetzt hier unten drunter unter Proxmox wurde jetzt auch auf die 11.6 angehoben. Das heißt, wir sind wirklich State of the Art, da muss man ja Proxmox auch echt mal so ein bisschen den Hut ziehen, dass wir wirklich mit der Version 11.6 sind wir schon wirklich extremst neu unterwegs. Wenn wir das jetzt einfach mal mit dem Markt draußen vergleichen, ist das da Hypergeschwindigkeit, also wirklich Hypergeschwindigkeit. Andere, keine Ahnung, sind wahrscheinlich noch bei Buster unterwegs und sagen, ja, wir sind hier super aktuell, die updaten zwar vielleicht ihre Software, aber unten drunter das ganze Zeug halt eben kaum. Da muss man echt Proxmox einfach mal sagen, wow, ihr seid da wirklich super schnell. Wieder zurück zur Liste, hier unten haben wir noch den schönen Button von wegen Bulk Stop und Bulk Shutdown umbenannt, um ihr Verhalten besser zu beschreiben. Ihr kennt das selber, man hat da drauf gedrückt und dann hat er halt eben nicht gesagt, bäh, aus, sondern er hat die halt erstmal runtergefahren. Das war einfach wie so ein Namensfehler, will ich jetzt mal sagen. Gehen wir auf die nächste Seite, ihr seht, ich kann euch nicht so viel zeigen, jetzt kommen wir auch direkt schon zu dem Thema HA und CRS. Das ist das, ich werde dazu echt mit euch zusammen mal ein eigenes Video machen und dann werden wir das ganze Thema mal wirklich explizit komplett ausprobieren und euch zeigen. Hier hat sich dieses Thema, wie ich eben angesprochen habe, geändert, CRM-Befehls-Online-Knoten manuell in den Wartungsmodus zu schalten. Wie ultra verdammt wichtig ist das bitte, dass ich halt eben sage, ist klar, ich habe jetzt eine Maintenance, fahr bitte runter und gehe wirklich anhand mit deiner Logik, beziehungsweise mit meiner hinterlegten Logik hin und fahr halt eben diese Kiste in den Maintenance-Modus runter oder rein, damit ich halt zum Beispiel eine Netzwerkkarte tauschen kann oder was halt eben auch immer. Das ist so fucking, fucking wichtig und bitte geh auch nicht sofort wieder in den Normal-Modus rein, weil wenn, will ich ja auch, wenn ich hochfahre, habe eine Netzwerkkarte halt eben umgebaut, was auch immer. Erstmal das Netzwerk konfigurieren, bevor ich dann wieder sage, alles klar, Note, du darfst wieder in grün gehen, du darfst jetzt alles wieder hochfahren, dann sterben ja auch die virtuellen Maschinen nicht weg, das ist einfach eine super, super wichtige Funktion. Als nächstes habe ich ein ganz, ganz lustiges Thema, das ist eigentlich nur markiert für mich selber, ihr kennt ja das Projekt hier von mir, IPv64-Dyn-DNS und ich hatte damit Proxmox über den, über den, wie hieß das, über Bugtracker, wo man auch ein Feature-Request setzen kann, hatte ich Kontakt und ich warte quasi auf den Tag nur noch, dass diese Meldung hier oder so ähnlich, so eine ähnliche Meldung drinsteht für IPv64, denn ja, das ACME-Plugin funktioniert mittlerweile für mein IPv64-Projekt, aber ich habe da die ganz klare Aussage von Proxmox bekommen, erst wenn das ACME-SH-Paket im GitHub wirklich ein neues Master, wie auch immer, Download, Release halt eben bekommt, erst dann geht halt eben Proxmox hin und implementiert das Ganze in das System, aber dann, ab diesem Zeitpunkt werden wir die Menüoption hier haben, wie wir sie finden unter Datacenter ACME-Challenge-Plugin und dann warten wir jetzt drauf, dass wir hier unter DNS-API, ja, das Thema IPv64 reinfinden werden und dann können wir auch wirklich DNS-Challenge machen über das Projekt, direkt über die Proxmox-Oberfläche, das Ganze wird mir aber noch momentan ein bisschen dauern, liegt aber einfach daran an dem Release-Zyklus von ACME-SH und nicht von Proxmox, ich denke mal da, die werden hier mit Sicherheit ganz zügig unterwegs sein. Und wieder zurück zu den Release-Notes, ich könnte es ja schon nicht mehr hören, ich auch nicht, Lagerung, es ist jetzt möglich spezifische Unterverzeichnisse für die ISO und Container bla 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 zu definieren, ihr kennt das, ihr legt irgendwo einen Directory einfach nur an und Proxmox selber geht halt eben hin und legt den Ordner ISOs, Dump und Templates an und da ist es halt eben immer, ihr könnt jetzt selber hingehen und diese Ordner und diese Ordnernamen definieren, wenn ihr vielleicht irgendeine eigene Ordnerstruktur habt oder vielleicht immer ganz wichtig, das hat nicht mal nur mit der Visibilität zu tun, ihr müsst auch mal nachdenken, es kann auch sein, dass ihr irgendwelche Automatismen hinterlegen möchtet, die wirklich nur mit anderen Namen, anderen Namensgebungen, Abhängigkeiten bei euch im Unternehmen oder zu Hause, wie auch immer habt, dann ist es jetzt zumindest möglich, diese fixe Struktur einfach abzuändern mit dem Befehl Content Dears und ihr seid einfach, wie soll ich sagen, ein bisschen flexibler. Nächster Point, auch ganz wichtig, frage ich mich auch, warum das noch nicht lange da war, der Speichertyp CIFs kann nun direkt in ein bestimmtes Unterverzeichnis eingehängt werden, das heißt, ihr habt einfach eine Freigabe und könnt jetzt nicht nur am Freigabeort einhängen, sondern ihr könnt halt eben sagen, alles klar, Ordner Downloads, Ordner ISO, Ordner Linux, könnt ihr halt eben dran direkt da den Einhängepunkt setzen, das hat auch da wieder, ganz wichtig, das hört sich jetzt so einfach an mit den ISOs, das kann aber ganz, ganz wichtig sein, vielleicht zwischendurch mal für Berechtigungssachen, gibt es ganz, ganz häufig, Migrationssachen, ihr wolltet irgendwas in den Unterordner reinlegen und so weiter, weil Proxmox zeigt euch ja nur den Inhalt von dem Ordner dann im Endeffekt an, also da kann man dann ganz tolle Sachen mitmachen, das ist einfach wichtig, diese Flexibilität, ja, zu bekommen. Nicht mal weit, wir haben es gleich, das Wichtigste, was jetzt noch kommt, ist hier, erweitern Sie die Unterstützung für Online-Migration replizierte VM-Gäste, da haben wir jetzt das Thema, dass man manchmal an manchen Stellen VMs nicht replizieren kann, weil eine Abhängigkeit zu den Snapshots gegeben ist, das ist dann ja auch richtig, nur hier hat man jetzt ab sofort die Möglichkeit, VMs zu migrieren, wenn sie zumindest auf gescherten Volumes liegen, also wo überall jeder drauf zugeführt hat, die VM trotzdem zu verschieben und nicht die blöde Meldung zu bekommen, ey, du kannst die virtuelle Maschine online nicht verschieben, weil sie hat die Abhängigkeit zu irgendwelchen Snapshots, wo da andere Node nicht rankommt und das Thema ist jetzt damit, ja, ganz normal akt aktagelegt. Ich habe explizit das Thema CEF einfach mal außen vor gelassen, denn da bin ich ganz ehrlich, ich habe viel zu wenig in meinem Leben mit CEF und mit Proxmox gemacht, deswegen lasse ich das mal außen vor, ohne es bewerten zu können, aber ganz wichtig, womit ich viel rumgespielt habe, ist das Thema Software-Defined Networking und dem Thema Fireball und die haben sich echt zwei Dinge getan, auch die, wo ich mal rübergefallen bin, gerade mit dem Proxmox, wie heißt das, Prox Cloud-Projekt und da haben wir das Thema gehabt, dass wir an vielen Stellen einfach, ja, nicht richtige IP-Adressen einsetzen konnten oder was einfach nicht logisch war und jetzt noch was viel Wichtigeres, einfach auch wieder für den Kopf, MTU wird jetzt vollautomatisch generierten WLAN-Bridges, nicht für WLAN-fähige Bridges auf den Wert der übergeordneten Bridges gesetzt. Das heißt also, diese Abhängigkeit mit den MTUs wird jetzt halt eben automatisch gemacht, ich weiß nicht, da ist glaube ich jeder drüber gefallen, wenn halt eben eine höhere MTU untergelagert war auf dem Hauptinterface und schon hast du Probleme gehabt und es ging gar nichts mehr. Das Thema sind sie jetzt einfach angegangen, dass das halt eben, ja, automatisiert wird. Auch da wünschenswert, dass das Thema SDN dort vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Betrachtung geschenkt wird und ja, vielleicht endlich mal aus diesem Beta-Status oder wie die das halt eben nennen, vielleicht einfach mal rauskommt. Ihr seht ja, viel ist da nicht gekommen. Ansonsten, ich hatte mir nichts mehr weiter rausgesucht, ihr könnt natürlich diese komplette Liste weiter durchgehen. Ich muss allerdings jetzt sagen, boah, das war ein Update, was sich glaube ich einfach mal wieder gelohnt hat, was auch, ja, ein Update-Namen 7.4 einfach verdient hat. Also die GUI hat sich einiges getan und man merkt einfach, Proxmox geht wirklich auf die Leute ein und das muss ich sagen, beziehungsweise auf die Community ein. Und da muss ich wirklich sagen, wow, Hut ab, das machen sie wirklich gut. Vom letzten Update zu diesen, diese ganzen Fixes hier und dann auch noch so schön beschrieben, wow, gefällt mir sehr. Und wenn euch solche Videos hier gefallen, könnt ihr hier unten einfach mal einen Abo-Knopf betätigen. Vielen lieben Dank dafür und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020